Ui, ja, oberer Ich habe das Spray gefunden Dieses Modell heißt Malm Liebe alle Männer da draußen Es tut mir leid, ich bin kein guter Handwerk Ja, eindeutig Eindeutig Aber du machst es gut Bis jetzt sieht alles richtig aus Du musst nochmal abmachen Du hast den Dübel nicht weit genug reingemacht Halt mal Wow Ich habe gepackt, ich habe das Herbst gemacht Nächster Schritt Mama Ja Warum Warum 2 Stunden später Eindeutig Die Rückwand Die Rückwand Schrauben Aus der Finger Ja, aber es im Kopf war nicht zu hart Kraft Yeah Was kommt jetzt? Schublade Ah Ah, der Korpus Das hier nennt man Korpus Der ist fertig jetzt Also ein Korpus ist fertig Genau und jetzt fehlen noch die Schubladen Warum du machst das so einfach beim Schrauben? Übung Und Kraft Es gibt einen Trick wie es einfach geht Guck dir das Teil mal an Das ist ein Pfeil Siehst du das? Fertig Soll ich dir helfen? Nein Guck mal der Boden ist verrutscht Wofür ist das? Damit wenn du das zuschiebst Damit das nicht auf das Holz knallt Oh Wieso ist das nicht gerade? Weil du schief gehalten hast Wieso? Woher warst du das? Weil ich das sehe Halt mal Baby Die ist schon kaputt Da fehlt was Wow Die ist kaputt die Schraube Ich mach okay Ja Noch eine Schublade So eine Schublade noch oder? Kannst du dir vorstellen wie es mir ging Als ich diesen großen Schrank hier aufgebaut habe? Ja Anstrengend ne? Es sieht so einfach aus Aber wenn ich das selber mache Ja es ist schwer ne? Es ist schon schwer Das ist eine gute Erfahrung jetzt mal Du machst es wieder Okay Fertig? Jetzt ist alles durch Danke Schatz Weißt du wie die rein gehen? Endlich mal Ich mach das nicht mehr Schatz Ja Si Du bist Du bist Für ja Du bist